In diesem Video verrate ich dir die Wahrheit über sehr gute Noten und warum ich dir mit meinen Tipps zwar ungemein weiterhelfen kann, aber die eine entscheidende Sache trotzdem noch zu 100% in deinen eigenen Händen liegt. Basketup Abiturathleten, mein Name ist Lio Eccl und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top Abiturprüfungen zu deinem Traumnoten schon kommst. Und heute geht es mir um die Wahrheit über gute Noten. Über die Wahrheit über sehr gute Noten. Denn Erfolg in der Schule machen viele an sehr vielen verschiedenen Dingen fest. Die einen sagen, ach ja, der ist halt intelligent und der kann das halt einfach. Die anderen sagen, wow, der kann sich gut bei den Lehrern einsteigen, deswegen passiert das. Der andere denkt sich, ja, der schaut Leos Video und hat die ganzen Hacks am Start und kommt deswegen besser voran. Und das stimmt eigentlich auch. Aber ganz entscheidend, ganz entscheidend, es gibt eine allerwichtigste Variable und die kannst du nur für dich selber übernehmen. Und das ist einfach das Lernen. Ich weiß, das ist jetzt unglaublich unsexy und das ist jetzt kein geiler Hack, wie du noch bessere Noten bekommst, wie du deine Lehre beeinflussen kannst oder sonst irgendwas. Sondern es ist einfach die verdammte Wahrheit. Wenn du lernst, wirst du gute Noten bekommen. Das ist alles. Das ist wirklich alles. Es gibt viele geile Tipps, die dir helfen können, besser zu lernen. Bring dir mega viel. Und dann gibt es noch einige Tipps, die dir helfen können, einfach obendrauf noch ein paar bessere Punktzahlen zu bekommen. So geil die ganzen kleinen Hacks auch sind, umso wichtiger ist es einfach auch, dass du vernünftig lernst. Mir ist es ganz, 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 ganz wichtig, dass es jeder verinnerlicht. Du musst einfach lernen. Du musst einfach lernen. Du wirst nicht ums Lernen drumherum kommen. Viele wünschen sich wenig Aufwand und sehr gute Noten. Und es ist wahr, dass du sehr gute Noten mit wesentlich weniger Aufwand bekommen kannst als die meisten. Weil viele verschwenden unglaublich viel Zeit ins Lernen, sind aber die ganze Zeit dann im Handy und arbeiten nicht fokussiert. Das heißt, du kannst dein Lernen wirklich verbessern und zwar massiv verbessern. Dafür sind auch meine Tipps und so weiter unfassbar gut. Das bringt dich auch richtig, richtig weiter. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass du lernen musst. Ich weiß, das klingt echt verrückt, aber du musst wirklich lernen. Das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Und ich hoffe auch, dass das gewissermaßen einfach die Einstellung von jedem Einzelnen ein bisschen gegenüber den Vorbereitungen und das Lernen selbst verändert. Weil wir sehen es oft so, das Lernen ist hart und so anstrengend und ich will doch einfach nur gute Noten. Aber die guten Noten sind ja nun mal direkt in Korrelation mit wie viel du lernst. Es ist und bleibt einfach so. Und dein Ziel sollte es sein, möglichst gut darin zu werden zu lernen. Zum einen, dass du möglichst viel lernen kannst und gleichzeitig, dass du möglichst effektiv lernen kannst. Und wenn du die beiden Sachen kombinierst, dann bist du auf einem sehr, 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 sehr guten Weg. Ich meine, kennen wir nicht alle diese eine Person in unserer Jagenstufe, die wir menschlich jetzt nicht so Knorke finden. Und wo man sich denkt, okay, what the fuck, so, was ist mit der, was ist mit dem? Problem, aber die trotzdem einfach unfassbar gute Noten schreibt, weil diese Person einfach den ganzen Nachmittag lernt. Und es ist ganz einfach so, Schule hat unglaublich viel damit zu tun, entweder was sehr gut ausfällig zu können oder etwas so oft gemacht zu haben, dass es automatisch abläuft. Und diese beiden Dinge erreichst du einfach dann, wenn du es oft machst, wenn du viel lernst, wenn du viel Zeitrennen bist hier, wenn du viel Energierennen steckst. Und deswegen ist das einfach die einzige Sache, die es zu beachten gibt. Okay, nicht die einzige Sache, es gibt noch unglaublich viele Tipps und so weiter, die ich dir hier auch geben möchte, außenrum, die dich nochmal richtig krass pushen können. Aber du bildest sozusagen die Basis. So ist es eigentlich das schönste Bild. In der Mitte ist dein Lernen. Je mehr du lernst, desto besser und du kannst durch meine Videos das Ganze noch verstärken, noch intensivieren, noch besser optimieren. Und da hast du noch einen stärkeren Kern. Und dann kannst du außenrum noch ein paar kleine Hacks einbauen, bisschen Lehrer beeinflussen, wie du da vielleicht dich in der Prüfung noch besser konzentrieren kannst, wie du deinen Prüfungstag besser gestaltest und all die Sachen. Und so kommst du am Ende auf dein volles Potenzial. Aber in der Mitte ist einfach dein eigenes Lernen. Und nur wenn du das machst, können dir auch meine Videos was bringen. Was bringt es mir, wenn ich dir sage, beispielsweise wie in meinem Mathe-15-Punkte-Abi-Video, dass ich dir sage, dass du am Anfang die Einzelthemen lernen sollst, dann möglichst viel üben und wenn du dann merkst, okay, ein paar Sachen mache ich immer wieder falsch, die dann konkret nochmal zu wiederholen. Was bringt es, wenn ich dir das sage, du es aber nicht umsetzt? Und deswegen das Machen. Das ist genauso wie für mich gerade im Business so. Das Machen ist das Allerwichtigste. Was bringt es euch, wenn ich mir hier super Konzepte aufschreibe mit richtig, richtig geilen Tipps, aber ich sie euch nicht sage. Was bringt es euch? Und genauso ist es, wie wenn ich euch Tipps gebe, ihr sie aber dann in der Prüfung nicht umsetzt oder auch in der Vorbereitung nicht umsetzt. Und deswegen lernt, 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 lernt. Findet den Spaß am Lernen. Habt Bock daran, richtig gut zu performen. Habt Bock daran, jeden Tag so viel wie möglich zu lernen, richtig zu high performen. Das Ganze kann Spaß machen. Hat auch ein bisschen Gewöhnungssache. Aber wenn ihr das habt und dann noch meine Tipps nehmt und auch die Tipps von anderen Leuten. Ich weiß, ihr schaut, viele von euch schauen Joe Trank, richtig geiler Typ. Viele von euch schauen The Simple Club. Daniel Jung, zieht euch die alle rein. Es sind nochmal richtige Booster. Aber diese Booster können nur funktionieren, wenn du machst. Und wenn du diese beiden Nähe kombinierst, wenn ihr die Tipps von uns nehmt und eure eigene Energie, eure eigene Leidenschaft in das ganze Lernen steckt, dann kriegt ihr am Ende richtig, richtig krasse Noten. Und das ist das, was ich euch von ganzem Herzen wünsche. Von ganzem Herzen wünsche. Ich glaube an euch. Ich hoffe, ihr glaubt an euch selbst. Wir sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Wir sehen uns im nächsten Video. Wir sehen uns im nächsten Video.